In diesem Film werden zwei Übungen für Fortgeschrittene am Boden vorgestellt. Der Manni Kelly und der Bogengang rückwärts. Der Manni Kelly gehört, wie zum Beispiel auch der Flickflack, zur Gruppe der Handstützüberschläge rückwärts. Er ist nach dem italienischen Turner Franco Manni Kelly benannt. Im Gegensatz zum Flickflack wird er mit gespreizten Beinen ausgeführt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.